Hier kann man nichts machen, weil es zu dunkel ist. Ja gut. Ich bin da nicht ein bisschen befragt. Hoppala. Was soll ich hier machen? Achso, das Werkzeug rückt ja nicht raus. Aber alles andere. Die Zeit verstrich und es wurde immer deutlicher für Luises Familie, dass das mit Thomas etwas nicht stimmte. Er verteilte grauenvolle Gemälde in seinem Zimmer mit Monstern, Türen und Schlüsseln als Motiven. Irgendwann traf die Familie die schwierige Entscheidung, Thomas in eine Heileranstalt einzuweisen. Immer noch die Frage, was sind denn Schlüsseln oder Schlössern so schlimm? Was ist daran zu schlimm? Kann ich dem Vogel nicht einfach die Schaufel über den Kopf ziehen? Nichts passiert. Ja, wenn man es nicht probiert. So, Schlüsseln anziehen und dann weghauen. Schon ein Problem gelöst. Kann man damit die Tür öffnen? Auch nicht. Wollen wir irgendwo eine Ausgrabung starten? Eher nicht, ne? Hä? Warte. Hier ist aber nirgends was. Ne, hier ist einfach gar nichts in der Welt. Wir müssen also hier aber was finden. Achja, hier gibt es noch mehr Wasche. Sehr schön, also müssen wir hier was machen. Ich habe schon wieder rausgeklickt. Jetzt passiert mir so oft bei diesem Spiel. Das ist schon ätzend. Entschuldigung. So, wir haben eine scheiß Schaufel. Wir können aber nirgends vorhin gehen, oder? Nö. Das haben wir auch alle schon. Okay, aber ich nehme noch einen Tipp ab. Was war ich denn da? Ernsthaft? Selbstverständlich. Wie dumm von mir. Wie dumm von mir. Hallo, ich will das aufnehmen. Danke. Aua, das war laut. Wie dumm von mir. Sollen wir das Shift, das hier gefehlt hat, ne? Eine Laterne. Mehr Farben, ja! Alter, wir haben fast schon alle Farben. Kann man da einen Pokémon sammeln. So, Kerze aus. Streuchholzer gefunden. Ist an sich eigentlich unnötig gewesen, aber hey. Wir brauchen noch was zu tun, ne? Sehr schön. Können wir jetzt hier uns alles hell machen. What the fuck ist das? Ach so. Natürlich. Man hält das Licht an dieses komische Ballon-Teil und es werde Licht überall. Warum haben wir solche Teile anstatt Lampen zu benutzen? Ich versteh's nicht. Was soll man machen? Was? Für die meisten Paare. Äh, was? Zum Fick. Holy shit, wo, wie, was? Feder. Äh, wie bitte? Oh. Ups. Ach du Scheiße. Wie funktioniert dieses Spiel? Aha. Okay. Das ist einfach nur... Boah. Mann! Das ist einfach nur suchen. Was ist das? Noch ein Wagenheber. Das passt schon mal nicht. Fisch. Dann Wagenheber und hier haben wir Wagenheber. Hey. Feder. Ne, ach warte. Zack, zack. So, der hatte ne Feder, ne? Der hatte ne Feder. Sehr schön. Uns fehlt jetzt nur noch. Wie viel? Eine Pfeife. Eine Pfeife. Aber wo haben wir noch was? Was kann ich denn hier noch bewegen? Großartig. Da kann ich noch was bewegen. Aber wo kann ich hier noch was bewegen? Ach, Mann! Ah, da. Äh, und das da? So, und dann ist das hier unser letztes Jahr. Paar raus hinten, was wir noch bewegen können. Ah, das da. Natürlich. Wir kriegen einen Wagenheber. Inspirierend. Wird den gerade draufhebeln? Ne. Da war kein Auto. Ich will beinen. Wieso geht so? Was war meine? Warum? Zergrofft. Ja. Ah, nein! Gruselig, so viele Krähen, aber in den Bäumen könnte etwas nützlich versteckt sein. Ich glaube, waren das nicht eher Fledermäuse gerade? Ist das auch ein Monster? Das ist ein Monster. Zartes Pflänzchen, das ist ein Pferd. Zartes Pflänzchen, das ist ein KB, das ist ein Objekt. Ich will nicht mehr. Das Spiel macht mich fertig. In diesem Reh fehlen ein paar Fragmente. Ja, ich kann doch schon buddeln. Was kriegen wir? Relevfragment, ja, dann eine neue Skizze. Weiße Farbe, zack. Hörst du erst mal, hab ich schon erst noch die alte Farbe hatten. Ach nee, wir müssen das hier eben machen. Zack und zack. Dann haben wir schon mal grün, nice. Komm her. Grün, grün, grün sind alle deine Federn. Zack, so. Dann braun bist du, wie es scheint. Und... Hallo? Du bist braun. Und warum wir gelb? Gelb bist du. Und du? Und blau bist du. Und du? Und warum noch orange? Orange war? Gelb. Ach ja, ich muss das mit dem Löffelchen machen. Dann müssen wir nicht eigentlich dafür rot haben. Klappt das mit dem? Das klappt mit dem. Gut. Zack und zack. Alles klar. Wir haben einen Papagei gefunden. Nichts passiert. Vielleicht müssen wir den Papagei hierfür einsetzen. Alles. Klar. Das sind doch so voll die... Und die sind jetzt versteinert. Okay. Na schön, wir sehen, dass ich das nicht mehr will. What the fuck? So, hier können wir jetzt die Werkzeuge benutzen. Sollen wir die hinplatzieren? Ah, da natürlich. So, was sollen wir machen? Wir müssen erst... Was brauchen wir denn alles? Was wollen wir denn machen? Was haben? Ja, 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 ja. So, das haben wir da. Dann müssen wir... Das Ding da einsetzen. Zack. Dann kommt der Haken. wie man es auch funktionieren mag ich weiß nicht so, wir haben Hasen cool was machen wir hiermit machen wir einen Sägegriff machen wir was mit Holz wahrscheinlich was haben wir hier noch eines Tages sah ich beim Spitzkrieg mit der Luis einen Mann der uns von einem Tom aus beobachtet, der Luis sagte, er sei sein Bruder Thomas aha, das haben wir noch vergessen gehabt zu gucken was haben wir noch das hat noch gelesen gehabt was hier noch was zu tun sollen oder auch nicht achso, das Geys fummelt trotzdem immer wieder auf, aha guck mal hier zack, natürlich gut, dass der irgendwo diese scheiß Reheftinger in der Realwelt versteckt hat obwohl man sie in der virtuellen Gemäldewelt braucht ok verende das Relief wähle die runden Fragmente aus um diese zu drehen die Fragmente können auch untereinander ausgetauscht werden wie kann ich die austauschen das sieht schon mal gut aus den Mund können wir hier gut einsetzen denke ich mal wo wollen wir denn die Runde ach da ist ein Mund das sieht nicht passend aus das sieht passend aus und das ne hier passt es ah, das passt da hin ok, gut äh bim, 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 bim ah doch, das passt doch da hin du passt da hin und du kommst zu haha, easy das Innere der Gruft ok oh nein save James rette James armes Ding ich muss sie retten sie hat bestimmt vollständische Angst ganz bestimmt guck mal hier ist ne Pfeife oh eine Unterpfeife noch da fällt uns doch der Hammer hier fällt es auch noch ein was ok, was ist das eine kapute Statue rette James ich finde es gut dass du das denkst auch noch übersetzen das hast du beim modernen Spiel nicht muss man dazu sagen also hier bei Ubisoft und sowas gibt es das nicht in den meisten Fällen nicht, oder ich brauche eine Rune na, wo ist ein Monster was kriege ich da raus Langnase alles klar ich habe erst Lasagne gelesen dachte mir so nee, das kann nicht sein in der Tat kann ich Lasagne heißen so, jetzt kriere zack vor kurzem hielten wir eine Nachricht aus dem Sanatorium dass Thomas entflohen sei keiner weiß wie er das angestellt hat ich mache mir Sorgen um meine Familie wir wissen nicht was Thomas sich plant oh nein und eine Zuckerstange eine Zuckerstange wenn schon ist das ein Zuckerverteiler kann man sagen oder oder Zucker oder wie heißt ich Zuckerstange ja doch Zuckerstange ja Zange die Stange Zange gut das ist doch korrekt aber es fühlt sich halt komisch an habe ich habe ich automatisch richtig gemacht oder war es ja gemein so alles klar der Mann ist voller Hass hier brauchen wir noch den Griff weil ohne Griff geht gar nichts in der Welt wir kennen das ja ich mache auch meine Arbeit nie wenn ich keinen Griff habe so zack